Was würdest du wählen, wenn jetzt Wahl wäre? Ich würde kommunalpolitisch immer danach gucken, was für Leute da am meisten Substanz haben und vielleicht auch am meisten so bringen. Wenn ich jetzt irgendwie sehe, es gibt in Jahren, da wo ich herkomme, gibt es einen neuen Bürgermeister. Der andere hat auch ewig, ich glaube, über 30 Jahre das gemacht. Bestimmt ganz viele tolle Sachen. Aber das ist jetzt ein neuer Typ. Ich glaube, der ist aber in keiner Partei. Alter, und der reißt sich den Arsch auf. Der macht so viele tolle Sachen. Zusammen habe ich bei den Lesereisen oder bei den Konzerten haben wir auch Kohle gesammelt für einen Skatepark, da aufzubauen. Der macht so viel. Digga, ja, haben wir egal. Solange der nicht in der AfD ist, würde ich den auch wählen. Ist mir scheißegal. Da würde ich immer auf die Person gucken, kommunalpolitisch. Und Landes- oder Bundestagspolitisch fällt es mir schwer, da irgendwas zu sagen. Weil ich an keine so richtig glaube. Also, ich gehe wählen, weil ich weiß, auch durch das Reisen habe ich immer mehr auf jeden Fall dieses Privileg gescheckt. in einem, ja, was es für ein Glück ist, dass meine Eltern in Vorpommern gepumpt haben und nicht in Aleppo. So, ja, ganz einfach. So, was für ein Schweineglück. Habe ich nichts damit zu tun. Aber trotzdem, weißt du, wenn ich da Türkei, Syrien war, wenn ich Israel, Palästina war, wenn ich einfach an einigen Orten und denkst immer, krass, und ich kann einfach zurückfliegen. Ja? Oder dieser Moment, wo das Selbstmordattentat war. Und ich habe aber diesen Pass und fliege einfach zurück. Aber gemacht habe ich dafür nichts. Und deswegen, auch wenn es bestimmt genug kritische Sachen gibt, keine Frage, dass Arm und Reich immer weiter auseinander trifft. Aber hier leben zu dürfen, ist schon ein sehr hohes Privileg. Und deswegen gehe ich natürlich auch wählen. Und genau, du kannst dir sicher sein, dass ich nicht die AfD wählen würde. Aber was macht das mit dir? Die Landsfrage. Wenn du siehst, also so wie ich ja auch, dass jetzt gerade die AfD gleich auch mit der SPD ist, ist, wir sind bei 19 Prozent bundesweit. In den sogenannten neuen Bundesländern sind wir bei 30 Prozent. Ich habe jetzt nicht geguckt, was bei Edmund-Mack-Pomm ist. Da, wo ich herkomme, ist... Wo kommst du her? Aus Südbrandenburg. Da ist die, bei der vorletzten Wahl war, entweder war es mein Dorf oder das Nachbardorf, das rechteste Dorf in Deutschland nach Wahlergebnis. Und dann gibt es sowas wie ihr. Es gibt diese ganzen Aktionen, wir sind mehr. Es gibt die Konzerte und so weiter und so fort. Und dann sieht man das. Und ich frage an dich, was macht das, wenn du siehst, dass diese Partei immer populärer offensichtlich wird? Es macht punktuell natürlich Angst. Aber jetzt gar nicht, weil ich dann irgendwie an den einen AfDler denke und denen jetzt so, oh, der ist so schlimm, sondern weil ich denke, dass es natürlich gesellschaftlich immer beschissener dahingehend wird, ja. Und in erster Linie macht es mich aber auch... In erster Linie denke ich aber auch, wie schwach von all den anderen Parteien, dass sie das in diesen jetzigen gesellschaftlichen politischen Zuständen nicht hinbekommen, da irgendwie mal eine Emotion von Leuten zu treffen, so, dass die sich mitgenommen fühlen. So, ja. Weil ich glaube, darum geht es eigentlich so ganz viel. Und da geht es mir jetzt nicht um Parteienbashing auf so dumme Art und Weise. Aber ich saß, ich saß, ich denke immer nur so in Geschichten, merke ich es zusammen. Wunderbar. Ich saß mit acht, neun Leuten zusammen in Vorpommern auf dem Dorf und wir haben gegrillt. Ja, und das sind Mischungen aus Hansa Hotten, total normales, eigentlich alle, ja, egal, ganz bunte Mischungen. Und da quatscht ja einer mich an und eigentlich ging es irgendwie überhaupt nicht über Politik, aber mich quatschen ja auch immer ganz viele Leute an und denken, ich habe irgendwie mehr die Weisheit mit Löffeln gefressen zu jedem Scheiß. Oder die denken ja auch am besten, ich finde, für viele ist das, weil ich sage, ich bin gegen Faschos, bin ich gleich alles. Weißt du, Klimaschützer, was weiß ich alles. Und die fragen mich, also, das ist so, es gibt, auch da gibt es dann keine Graustufen für die Leute und so. Ich sehe ja auch, ich versuche auf alles differenziert zu gucken, jetzt mit 35 und überall da, wo Ideologie ist, das tönt mich ab. Ja, so, das, äh, das ist mir zu Schublade. Aber wir sitzen da und der eine sagt dann zu mir, ja, und, äh, ja, laden wir halt? Und ich sage nur so, ja, Digga, das ist halt so AfD-Scheiße, ja, so, und, ähm, wenn du den halt wählst, ja, so, ich sage nicht, dass du ein Fascho bist, aber ich sage, du hast kein Problem, ein Fascho zu wählen, ja, so, das ist, das, was ich ja gesagt habe. Ja, und dann sitzt er halt und streitet so ein bisschen und er sagt zu mir, ja, aber dann sag mir doch mal, wen soll ich denn wählen? Und das ist natürlich was total Schwieriges zu antworten, ja, dass ich dem nicht irgendwie, wie gerne würde ich dem gleich sagen, wähl die und die, wähl die und die. Ich würde mich danach sehen, ja, ähm, aber ich kann schon sagen, dass ich glaube, es gibt schon natürlich, ähm, äh, ja, Parteien, die da eine bessere Politik hoffentlich machen würden als die AfD. Nee, aber dass Leute abgegessen sind davon, das kann ich absolut verstehen und ich glaube, deswegen ziehen sich auch ganz viele Leute mehr so in ihre kleinen Sachen so zurück, sozusagen, weil sie da vielleicht noch so ein bisschen wegmächtig sind, ja, und, ähm, Ähm, aber Angst macht das natürlich so und es macht ganz, äh, wenn man sich vorstellt, wenn wir beide jetzt hier sitzen, was heute, 2023, wenn ich mir vorstelle, 2013, ja, da haben wir auf Festivals gespielt und ich weiß es noch, das war so die ersten Jahre, wo wir gespielt haben. Und, ja, da waren wir wirklich so die Exoten, ja, die, die Freaks für die sozusagen, so die Leute so, oh Gott, die quatschen jetzt hier über Faschos, was soll denn das und das ist doch alles irgendwie Quark, ne, so, wenn wir, seit 2006 gibt es uns so in den ganzen Jahren und da war das so, was labern die denn, ne, ist doch alles gut. Gut, und, jetzt ist 2023, was hat sich in diesen zehn Jahren krass verändert, ja, so, hätte man sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass die AfD vielleicht, äh, in Schwerin waren gerade Wahlen gestern, ja, der geht in die Stichwahl, da geht es darum, ob der jetzt Oberbürgermeister wird in der Landeshauptstadt, ja, so, ähm, hätte man sich vorstellen, all diesen ganzen Kram, wie mit Nordkreuz und so, vorstellen können? Ich glaube, ganz oft hätte man gesagt, äh, also, ja, ich bestimmt als, äh, äh, kritischer Mensch gegenüber so staatlichen Institutionen, ja, so, aber ich hätte niemals, äh, gedacht, oder der versucht auch da kritisch raufzugucken, ja, so, aber auch nicht schwarz-weiß, aber, hätte man jemals, was ich mit Nordkreuz erzähle? Irgendwelche Bundeswehrleute, irgendwelche Polizisten, die Todeslisten machen von Leuten, die 45.000 Schuss wegbringen, äh, und nur den Tag X herbeisehen, ich hätte gesagt, das ist Verschwörungstheoretiker, aber das ist ein bisschen, äh, ist eben ein bisschen drüber der ARD-Krimi hier, ja, so, aber was ist, und jetzt sitzen wir hier, und keine Ahnung, vielleicht sitzen wir bei den zehn Jahren hier, äh, und was ist denn 2033, ja, und dann diese Linke, die sich da einfach immer in erster Linie selber zerfleischt, äh, bis aufs Unerbittlichste, äh, in Zeiten, wo es vielleicht genau darum gehen würde, dieses, lass uns schauen, was uns verbindet, und nicht, was uns trennt, um, weil ich glaube, Leute, Menschen, ja, das ist so mein Erfahrungswert, immer nach innen streiten, kann man machen, ja, aber nach außen sollte man einfach, wenn jetzt so Parteien oder so sind, ne, auch nach außen sprechen, so, weil das ist das, was auch Leute anspricht, ja, so, ähm, und, wie, wie willst du, dass Leuten, ich sag mal, in der Provinz, verkaufen, dass du sagst, wähl die und die, weil die werden alles besser machen, weil blühende Landschaften, ja, die wird es nicht überall geben, so, ne, ich meine, einen Jugendclub, den gab es bei mir nicht, ich habe einen kleinen Bruder, den gibt es bis heute nicht, da hoffe ich, klar, ist ein geiler, neuer Bürgermeister, macht einen Skatepark, versucht alles, wie er es macht, so, aber, das steht ja für ganz viele Sachen. Das war nur ein Ausschnitt von unserem Gespräch, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, das komplette Gespräch gibt es hier und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn wir uns hier bald wieder hören oder wieder sehen, bis dann, tschüss. Und dann, tschüss. Und dann, tschüss. Und dann, tschüss. Und dann, tschüss.